Du hast keine Lust mehr auf schlechte WLAN-Netze oder begrenztes Datenvolumen unterwegs? Wir zeigen dir eine flexible, günstige Alternative, mit der du im LTE-Netz unbegrenzt surfen kannst. Viel Spaß dabei! Auf welche Punkte kommt es bei einer mobilen Datenverbindung an? Natürlich klar, Preis, Verfügbarkeit und Geschwindigkeit. Bisher war so ein bisschen das Problem in Deutschland, dass man entweder nur gutes Netz bekommen hat, mit langen Laufzeiten und keiner Flexibilität, oder Flexibilität mit begrenztem Datenvolumen. Und das war für uns ein bisschen schwierig immer. Und deswegen haben wir lange gesucht und lange getestet. Und wir sind jetzt seit März 2020 sehr zufrieden mit Freenetfunk. Und warum? Freenetfunk tanzt so ein bisschen aus der Reihe. Also speziell für Leute mit großem Datenhunger, wie wir sind. Oder auch du beim Urlaub, weiß ich ja nicht, da willst du bestimmt auch mal Netflix-Film oder sowas angucken. Ist Freenetfunk wirklich eine super Alternative. Und warum? Freenetfunk ist sehr einfach. Also es gibt zwei unterschiedliche Tarife. Es gibt einmal den unlimitierten Tarif. Das bedeutet, du bekommst eine SMS-Flat, Telefon-Flat und unbegrenzte Datenvolumen im LTE-Netz. Und dann gibt es noch einen zweiten Tarif, der ist ein bisschen günstiger. Da gehen wir später nochmal drauf ein. Da bekommst du auch Telefon- und SMS-Flat und ein Gigabyte Datenvolumen pro Tag. Erreichst du diese ein Gigabyte pro Tag, wird die Geschwindigkeit reduziert auf 64 Kilobits. Davor hast du ganz normal die LTE, 225 Mbit pro Sekunde. Und dann kannst du trotzdem WhatsApp-Nachrichten oder sowas verschicken. Also das funktioniert trotzdem. Bei dem zweiten Tarif mit einem Gigabyte Datenvolumen pro Tag bezahlst du mit 19% Mehrwertsteuer 69 Cent pro Tag. Und das bedeutet, da kommst du auch wirklich auf einen sehr guten Preis, wenn du es auf einen Monat betrachtest. Und hast du trotzdem 30 Gigabyte, bei 30 Tagen mal einen Gigabyte pro Monat zur Verfügung. Und das ist wirklich preislich gesehen sehr, sehr, sehr attraktiv. Dann schauen wir uns so ein bisschen die Flexibilität bei Freenetfunk an. Also das Coole und das finden wir wirklich extrem geil, muss ich einfach sagen, ist die Vertragslaufzeit von einem Tag. Das heißt, du schließt immer entweder den unbegrenzten Tarif oder auch den 1 Gigabyte pro Tag Tarif für einen Tag ab. Und kannst jederzeit am Abend vorher sagen, okay, morgen brauche ich viel Datenvolumen, ich möchte jetzt unlimitiert. Oder ich weiß nicht, mir reicht jetzt 1 Gigabyte morgen aus, ich spare mir die 30 Cent. Und dann kannst du den anderen Tarif buchen. Oder auch einfach sagen, gut, ich habe keinen Bock mehr drauf, ich nutze es heute noch und ab morgen möchte ich es nicht mehr. Also von dem her, von der Flexibilität wirklich extrem cool. Auch keine Monatspakete, nichts, du immer Abrechnung pro Tag. Und was auch noch ganz cool ist, es gibt wie so eine Pausefunktion und da hast du 30 Kalendertage pro Tag an Kontingent. Das wird nicht übertragen ins nächste Kalenderjahr, wenn du es nicht ausnutzt. Und dann kannst du einfach sagen, ich mache jetzt Pause. Als Beispiel, du fliegst in die USA oder wo auch immer hin für 20 Tage, machst du 20 Tage Pause und das kostet dich nichts. Also das heißt, die 20 Tage sind wie so eine Art Ruhezustand. Gehst du über die 30 Tage raus, kostet es einen kleinen Betrag. Aber auch hier, wie gesagt, es ist da ausgerichtet auf einen Datentarif, sollte das auch kein Problem sein. Neu ist seit Sommer dieses Jahres, dass du Freenet Funk auch im Ausland nutzen kannst. Die Länderliste habe ich hier unten verlinkt. Das ist so, ja, grob gesagt das europäische Ausland, Anrainerstaaten und so weiter. Also die Länder, die man mit dem Camper bereisen kann, also das deckt es ganz gut ab. Die einzige Einschränkung hier ist, dass du wirklich nur Daten nutzen kannst im Ausland. Das bedeutet, Telefon und die SMS-Funktion funktionieren nicht. Und du bist limitiert auf ein Gigabyte Datenvolumen pro Tag. Wie funktioniert denn jetzt die Bezahlung, wenn es keine Shops oder sonst was geht? Also die Bezahlung, muss man dazu sagen, geht nur über PayPal. Das bedeutet, du benötigst ein PayPal-Konto. Und hier gebe ich dir einen Tipp, falls du es mit der Kreditkarte oder wie auch immer verknüpft hast, laden ein bisschen Guthaben auf das PayPal-Konto, weil sonst kriegst du eine Kreditkartenabrechnung mit mehreren Seiten, weil jeden Tag der entsprechende Betrag abgebucht wird. Aber das funktioniert ohne Probleme. Einmal am Tag eine Abbuchung. Und wie gesagt, wenn du den Vertrag kündigst oder auch die Pausefunktion nutzt, wird nichts abgebucht. Auch die einmalige Aktivierungsgebühr, also die Aktivierung der SIM-Karte in Höhe von 10 Euro, wird automatisch über dein PayPal-Konto verrechnet. Die Bestellung und alles, was mit Tarifbuchungen und so weiter zu tun hat, funktioniert ausschließlich über die App. Funktioniert ganz problemlos. Du kannst einfach sagen, okay, morgen möchte ich 1 GB Datenvolumen oder ich möchte unlimitiert. Ich möchte einen Pausentag, meine Anschrift ändern und so weiter. Rein über die App. Und ja, es funktioniert problemlos und für uns eine super Lösung. Du möchtest von deinem bisherigen Anbieter zu Freenetfunk wechseln? Auch das ist kein Problem. Hier bietet Freenetfunk eine kostenlose Rufnummermitnahme mit. Das Einzige, was an Kosten auf dich zukommt, ist bei deinem Altanbieter. Das ist ja entsprechend in den AGBs vertraglich geregelt. Schau bitte drauf. Es gibt eine gesetzlich vorgeschriebene Höchstgrenze, dass du da nicht abgezockt wirst. Wenn du von Freenetfunk dann irgendwann wieder weggehst, das finde ich ganz cool, berechnen sie dir nichts. Also das bedeutet, du hast dann bei deinem neuen Anbieter keine Kosten irgendwann. Und auch Freenetfunk erhebt keinerlei Kosten für die Rufnummermitnahme. Gibt es sonst irgendwelche Einschränkungen? Eigentlich nicht. Also wir persönlich wurden bisher noch nicht gedrosselt. Du kannst Voice-over-IP benutzen, du kannst beliebig Hotspots machen und so weiter. Also da ist von der Funktionalität nichts eingeschränkt. Und das klingt ja alles zu schön, um wahr zu sein. Gibt es ein paar Haken? Also Haken nicht wirklich. Es gibt aber zwei Punkte, die ich gerne ansprechen möchte. Der erste Punkt ist die Geschwindigkeit. Also ja, du serst im LTE-Netz mit bis zu 225 Mbit pro Sekunde. Und es ist natürlich immer sehr stark abhängig, wo du dich befindest, welches Endgerät du nutzt und so weiter. Das sind sehr, sehr, sehr viele Faktoren da. Und wir haben jetzt keine Messungen im Labor oder sowas machen können. Was wir gemacht haben, war morgens 8 Uhr. Wir nutzen es, wie gesagt, auch zu Hause. Wir haben ganz einfach nur einen Speedtest gemacht mehrere Male, also zehnmal und haben so den Durchschnitt ungefähr ermittelt. Und wir kamen jetzt auf zwischen 50 und 60 Mbit pro Sekunde Download und 10 bis 15 Mbit im Upload. Also ich finde es okay. Ich vergleiche es so ein bisschen mit der Unity Media Verbindung, die wir vor ein paar Jahren hatten. Wir hatten auch einen 100 Mbit Vertrag und es kamen wirklich nur 30 an. Also von dem her ist es sogar noch besser. Die Geschwindigkeit reicht auf jeden Fall aus, um die Videos alle hochzuladen. Und auch wenn wir jetzt zu zweit Netflix, YouTube oder sowas schauen in HD-Qualität, gibt es keinerlei Probleme. Also uns reicht es völlig aus. Wir nutzen es zu Hause, wie auch unterwegs. Das bedeutet, wir haben nur eine SIM-Karte. Wir haben zu Hause einen ganz normalen LTE-Router. Und wenn wir unterwegs sind, nehmen wir die SIM-Karte raus in unseren mobilen Hotspot oder mobilen LTE-Router. Und dann sind wir damit unterwegs. Und somit sparen wir uns dadurch ja auch nochmal einen Anschluss zu Hause und haben effektiv nur 30 Euro circa im Monat an Kosten. Den zweiten Punkt, den ich ansprechen möchte, ist einmal der Anbieter und über welches Netz es überhaupt läuft. Der Anbieter ist die Mobil.com Debitel GmbH. Wir hatten bisher keine Probleme damit. Und das Netz läuft über die Telefonica. Das bedeutet, du hast keine D-Netz-Qualität. Und man sagt ja, und es ist ja auch bewiesen, dass in ländlichen Regionen die Netzabdeckung ein bisschen schlechter ist. Also wenn du in der Stadt wohnst oder in Ballungsgebieten kein Thema. Ich habe dir auch unten verlinkt, wie die Netzabdeckung ist. Da kannst du draufgehen, da ist eine Karte eingeben, wo du wohnst. Und dann kriegst du die Netzabdeckung auch ausgespuckt. Wir persönlich hatten jetzt noch keine Probleme mit mangelndem Netz oder wie auch immer, muss man dazu sagen. Also für uns reicht es absolut aus. Aber ja, die Netzabdeckung, es gibt ja genügend Tests, kommt nicht an das D-Netz von der Telekom oder von Vodafone oder wie auch immer ran. Welche Alternativen gibt es denn auf dem Markt? Also die Kombination, wir haben lange gesucht und viel getestet und so weiter, aus Geschwindigkeit, LTE und auch der Flexibilität, die FreeNetFunk bietet. Ist einzigartig im Moment, muss man dazu sagen. Es gibt natürlich Festtarife von der Telefonica, also O2 oder von der Telekom, von Vodafone. Die sind aber, finde ich jetzt persönlich, extrem teuer. Also da bist du bei unlimitierten Daten schon zwischen 60 und 80 Euro pro Monat. Das ist mehr als das Doppelte. Und ja, uns reicht das völlig aus. Das musst du selbst entscheiden. Wenn du weniger Datennutzung benötigst, also keine umlimitierten Tarif, dann gibt es natürlich Alternativen, wo du dann auf 20, 30 GB oder so was pro Monat begrenzt bist. Auch im Prepaid-Bereich, wo die Vertragslaufzeit so ungefähr einen Monat beträgt. Aber so das tägliche, kündbare und das Rum- und Umschieben von den Tarifen, das ist wirklich echt cool, einzigartig und ja, Flexibilität siegt. Und ich hoffe mal, dass die Großen da so langsam auch ein bisschen in die Richtung gehen. Welche Geräte nutzen wir denn, um online zu sein? Also zu Hause nutzen wir einen UMTS LTE WLAN-Router. Da ist auch unsere NAS und alles mit eingebunden. Und der hat einen ganz einfachen Kartenslot. Da wird die SIM-Karte eingesteckt und dann funktioniert das auch ohne Probleme. Ja, wenn wir unterwegs sind, haben wir immer so ein kleines Gerät dabei. Das ist ein ganz normaler LTE, auch so ein WLAN-Router für unterwegs mit Akku. Der Akku hält so ja 8 bis 10 Stunden, je nach Nutzung. Und das reicht für uns absolut aus, denn beide Geräte verlinke ich dir unten. Auch die SIM-Karten-Adapter, das ist ganz wichtig, weil das Gerät und das Gerät, was wir zu Hause haben, haben unterschiedliche SIM-Kartengrößen und das soll ja kompatibel sein. Wie gesagt, findest du alles unten in der Videobeschreibung. Kommen wir zum Fazit. Also Freenet Funk ist bei uns persönlich im Moment die beste Lösung aus Flexibilität, Preisniveau wie auch Geschwindigkeit. Also alles drei passt einfach gut zusammen. Klar, du bekommst mehr Geschwindigkeit, aber dann zahlst du auch mehr als das Doppelte teilweise. Und dann musst du dir so ein bisschen abwägen, ob dir das wert ist oder nicht. Wir wurden noch nie gedrosselt, weil ja oft kursiert, dass man ab x beliebigen Gigabyte pro Monat gedrosselt wird. Also wir haben weit über 100 Gigabyte pro Monat, auch über 200 an Datenvolumen, das wir nutzen. Und wir wurden bisher noch nicht gedrosselt, also das können wir nicht bestätigen. Und wir machen ab und zu auch mal so einen Speedtest, damit man sieht, ob man gedrosselt wird oder wie auch nicht. Und ja, bewegt sich immer so ungefähr bei 50 Mbit, also das reicht für uns absolut aus. Und jetzt würde mich interessieren, was du nutzt. Nutzt du nur deinen normalen Handy-Tarif? Hast du zu Hause Festanschluss plus nochmal was extra? Also schreib es gerne unten in die Kommentare, ist vielleicht für den einen oder anderen auch interessant. Und wenn du noch weitere Tipps möchtest, abonnier gerne unseren Kanal. Und wenn dir das Video geholfen hat, gib einen Daumen hoch. Und wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Ciao.